Ich glaube, ein Traum wäre ein größeres Forschungsprojekt oder ein Institut, was sich mit Webscience auseinandersetzt, wo Wissenschaftler unterschiedlicher Herkunft zusammenarbeiten. Wir als Sozialwissenschaftler können ja zum Teil nicht mit diesen Internettechnologien so umgehen, wie es beispielsweise die Informatik kann. Auf der anderen Seite, die Informatik hat vielleicht nicht die Fragestellung, die wir haben als Sozialwissenschaftler. Und wenn hier unterschiedliche Disziplinen zusammenarbeiten würden und sich diesem Phänomen Online-Kommunikation widmen würden, dann würde man, glaube ich, neue Antworten bekommen, sehr spannende Antworten auf wirklich drängende Fragen.